Matthias Rossi, 26, Rücken Nummer 46. Ich bin ursprünglich von Aargau, von Menziken. Ich bin aber nach 16 auf der Zug und habe dort meine Juniorenstufe gemacht. Ich habe am 1. Mai angefangen mit dem Sommertraining. Ich habe auf Niederwangen gezogen, nahe ich von Bern. Soweit gefällt es mir sehr gut hier. Ich hatte einen guten Start. Eine Woche später sind wir auf Senero in einem Trainingslager. Ich konnte mich in die Mannschaft sehr gut einfügen. Ich fühle mich sehr wohl. Ein cooler Typ. Alle, die ich gefragt habe und als Gegner, hast du gute Erfahrungen gemacht mit den Fans. Es ist immer ein Hexenkessel. Ich freue mich sehr auf diese Zeit. Auf den Saison startet und das Stadion Tobet. wiederkommt da? Ich habe noch einen ganzen Tag gemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es hat sich gezeigt. Ich glaube, wir haben direkt mit den Säpfer und Pferden, die andere, die andere, die man sie dasettlichen eigentlichen. Ich wäre sehr interessant. Es geht gleich alles an.